Yo Leute! Willkommen zu einem kleinen Update Video. Ich wollte nur mal kurz ansprechen, warum in letzter Zeit keine Videos von mir kommen. Es ist deswegen. Die meisten von euch wissen ja, ich war ja jetzt eine Woche auf einem Festival. Das war mal die eine Woche, warum keine Videos kamen. Dann die zweite Woche war ja, ich glaube jetzt ist es knapp drei Wochen her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Ich habe einen Wasserschaden bei mir im Büro, sage ich mal. Also in meinem Gaming Room halt. Und es ist jetzt momentan dabei, dass es halt ausgepumpt wird und da stehen ja so Luftentfeuchter, was halt dann die ganzen Mauerwerke und alles trocken liegen. Und ja, es ist halt momentan mega heiß da unten. Es ist alles vollgeräumt. Es ist alles nass und übelst laut. Also man hört eigentlich gar nichts. Ich bin gerade so ein bisschen am chillen und spazieren und dachte mir, ich mache halt mal so ein kleines Infovideo. aus. Untertitelung. BR 2018 Das Ding ist halt, ich kann meinen PC momentan absolut nicht verwenden. Ich habe zwar einen Laptop, aber der ist übelst low. Und ich habe halt probiert, dass ich da zumindest das Giveaway mal auflösen kann, weil es gibt ja noch ein Giveaway, das ja offen ist, das wollte ich ja auflösen. Aber ich kann einfach, also ich habe es probiert, CSGO auf den niedrigsten Grafikeinstellungen, alles auf low. Und es geht nicht, wenn ich da nebenbei noch aufnehme, mein Laptop, der gibt sich einen Kopfschuss, hebt ab mit der Rakete, also sinnlos. Ich habe halt noch so einen kleinen Videoclip, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bearbeiten werde oder wie ich das Video hochlade, keine Ahnung. Das Ding ist ja, mein Rout und alles steht ja auch im Keller unten. Ich habe mehr oder weniger nicht mal Internet, außer das, was ich halt am Handy habe. Aber es ist ja auch nur begrenzt. Und, ja, ich habe halt mal vor, dass ich das hier einfach so als One-Take gemacht und vielleicht kann ich das dann irgendwie am Handy so grob zusammenschnipseln. Und, ja, irgendwann die Woche oder nächste Woche kommen dann die Firma, was das halt macht, das Trockenlegen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil da unten ist halt so eine kleine Straße, keine Ahnung, ob man die jetzt zieht. Das ist halt übelst der neiste Ausblick hier. Also, es waren gerade zwei Kollegen von mir da, also wir haben noch gechillt herum und habe ich kurz unterbrochen. Keine Ahnung, ob ich vorhin aufgehört habe zum Reden und ich habe auch jetzt vorhin, also gecheckt, jetzt wie ich die Aufnahme wieder begonnen habe, dass ich vorhin eigentlich im Hochformat gefilmt habe, also ist scheiße. Was ich jetzt ehrlich noch sagen wollte, ist hauptsächlich nur noch, also die Firma kommt ja wie gesagt entweder diese Woche nach oder nächste Woche und sobald, also wenn ich jetzt eine gute Nachricht bekomme, dass das nicht mehr so lange dauert, dann mache ich kein Update-Video mehr. Aber ihr seht es daneben, ich dann relativ früh wieder ein Video hochladen, falls es dann doch noch länger dauert, dann werde ich mich halt so wieder melden. Ja, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich mich irgendwie noch verabschiedet habe oder so, aber keine Ahnung. Ich mache es jetzt halt mal jetzt, falls ich es noch nicht gemacht habe und sage einfach mal, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Tschüss.